Hereinspaziert beim Tag der offenen Tür in der Volksschule Kreuzstetten. Jedes Jahr im Herbst gibt es bei uns viel zu sehen. Besucher können in alle Klassen gehen und den Kindern beim Lernen zu sehen. Im zweiten Stock gibt es eine Buchausstellung mit spannenden Büchern. Beim Buffet gibt es viele leckere Brote und Kuchen. Zum Schluss gibt es eine große Vorführung, bei der die Kinder singen oder Theaterstücke für die Besucher spielen.